äh, hallo? hallo keine Macht ähm, wir kommen zurück wir haben jetzt schnell Schutz gekauft bzw. ich ich weiß nicht ob die genug Geld hatten weil es ist ja irgendwie aussteuer und jetzt gehen wir wieder rein und Schutz benutzen das muss euch aber auf meine Schritte auffossen ich hab aber trotzdem noch ein Pokémon das müsste aber dann starkes Pokémon sein vielleicht mal gegen den Stocken da kämpfe ich jetzt nur noch und mach diese einzelnen DAS-Kämpfe Höhlenkämpfe dann nicht mehr sondern nur noch gegen den Trainer hab mich auch gefühlt Geht ihr die Leitern runter oder nicht? nö ich kämpfe jetzt noch gegen die ganzen Trainer da oben und ich bringe immer saufende Fahrungspunkte nein los weiß, wie es ist jetzt hier ha 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 boah oh fadenschüssig uah ja jetzt hab ich nur noch 760 Geld die hat nen Mirabler die DOS war nur noch 760 68 ja ich hab gleich viel Geld wie viel hast du? 67 oder 760? 760 ja ich auch fadenschuss geht mir so auf die Eier ganz ehrlich es ist wie Spermaschuss das geht voll auf die Eier hehehe 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 ich glaub so wenn ich einen der Titel wenn wir das machen wir dürften das sogar machen wenn wir jetzt anstatt des Eier ein Euro zeichnen machen hey ihr seht frei links oben wieviel Schritte ihr noch laufen könnt bevor der Schutz weg geht ja ja ich seh danke boah das ist cool Team Rocket wo denn? wo bist denn du? ich bin schon weiter ja ich hab dacht wir laufen durch nein WTF ich bin noch ganz oben ich bin noch nicht mal an die Leiter runter ich weiß jetzt mal welche Leiter ich runtergehen sollte oder die so viele sind du musst den ganzen Weg entlang gehen erst hoch dann links und dann ist dann Leiter also ganz hinten links bei dem Bergmann da der Ticke ja saust wie der Ding die Christoph hallo Christoph der Schutz vertraubt sich so schnell bei welchem denn? bei welchem müssen wir runter? ganz hinten oben links oben links? ja oben links glaub ich mal wenn er sagt ich muss so weit laufen oh jetzt hab ich das bei dir Porsche Porsche ja ich hab Giftpuder Giftpuder wo 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 was kämpfst du bitteschön? Smepo ja ja da der kämpfst du Smepo ja mein Gutex ist schon Level 18 ja los kämpf gegen mich ich will ging's los nein der hatte echt eiskalt meinen Smepo besiegt ich pack's das ist offensichtlich das ist offensichtlich ja ich hab die ja ich hab die Trainer hier jetzt durch glaub ich da 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 wo seid ihr jetzt eigentlich? ich bin grad irgendwie verwirrt ich weiß nicht Typ ich bin oben links ja ich bin kurz vor den ich hab den Mundstein gefunden wissen wir oben links das heißt evasion das heißt evasion Max hast du den Mundstein auch? ja oooh der Paul Brecht glaub ich sogar einen ne ich hab den jetzt das fühl ich nicht und die seh auch schon die Fossilien die seh ich auch schon ja wie schon gegen Team Rocket Max? ich bin schon beim zweiten ich bin schon kurz vor den Fossilien jetzt wartet doch mal ich ich oooh ihr geht voll ohne Müll weißt wir warten voll auf Max und der Max rennt dann vor jetzt wisst ihr wie ich mich fühl wenn ich wenn ich wenn ich immer so so weiß die warten auf mich ja trotzdem macht es dir nicht stärker Max beim nächsten Arenaleiter ja beim nächsten Arenaleiter bist du dann nur wieder gefeckt ist mir egal schön dann dürfen wir wieder voll auf dich warten wir müssten das nicht ausgreifen ja deswegen renne ich halt vor ja bestimmt ja 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 total schwachsinn ja nicht unbedingt ach legt mich doch an lass den einfach oh i lost it pudding like i got 132 dollar also nicht die erste Leiter runter da sind nämlich viele Leiter die man sich nicht erkennen ja ja oben links halt geh einfach den Weg hinter ok also die ganzen Leiter nicht runter nein ja genau auch als wenn es da irgendwas wert von ist das gibt mega das gibt's nix halt den Mut schon hab ich der Mut schon hab ich der Mut schon ist das Wichtige das schau ich dann mal offline nach oder so eigentlich alles mitnehmen Paul macht 100% in Pokémon alles wirklich alles jedes Pokémon Level 100 ach hast du kalte Hände hu hu ich möchte mal wissen wie du das hier anstellen willst mit jedem Pokémon auf Level 100 dafür bräuchtest du auch Azeus und Hierarchie ja folgt halt bei mir also vor Grudon und Kyogre weiß ich dass die hier auftauchen können wenn man mit den Steinen gemacht hat ok das ist schön ich glaube ich sterb gerade achso ich hab ja noch ein zweites Stolz meine Wetter stopp fang ich mir das Pipi Dingens ja ne ich fang mir keinen Pipi haha Pipi rapapa ich komm gegen ein rapapa ah was ich warte bei die Fossilien auf euch wie lange das du endlich mal wartest jetzt ist mein Glutexu schon auf Level 20 ich pack's nicht mein was mein Glutexu ist jetzt mittlerweile schon auf Level 20 ja meinst du auch Level 20 mein Ding mein Glutexu ist 21 oh mein Rettabon ist irgendwie ja dann muss ich das weiter lösen der hat voll die brutalen Pokémon ne jetzt muss ich mal schauen hm der hat ein Rattata eigentlich Rattata? Rattata da rum Rattata oh ja oh nein ich bin da immer noch oben ne es sind noch zwei Campy mit Team Rocket unten комbesetz ja es sind noch drei glaub ich müssten es dann insgesamt sein doch mal warten Wenn ihr aus der Höhle raus seid, wartet man auf jeden Fall Wir warten bei den Fossilien Seid schon beide da Also ich noch nicht ganz Bastarde, die hässliche Bastarde, ich mag euch nicht mehr Wenn du so lange brauchst Echt so Heißt, die so lange brauchen, ich kämpfe nur gegen die Teilung Wie kämpfst du auch gegen die Leute? Eben nicht Max, wo bist du? Ich gehe jetzt gerade wieder zu die Fossilien Ach, du warst weg? Nicht gegen alle gekämpft Wo warst du? Ich bin nirgends gewesen, hallo Ich habe jetzt rechte genommen Was ist das rechte? Hexit 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 Ich guck mal nach Ich glaube das dürfte kaputt sein, oder? Was ist das denn los? Oh, wo bin ich denn? Hexit 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 Da wäre über 30 Leben gezogen gerade. Toll. Juhu. Wie Gott gesiegt. Ich führe euch. Vielleicht kein Schutz mehr. Keine Ahnung ehrlich gesagt wo ich hin muss. Das ist aber scheiß. Ja. Sündes. Antitode. Ich züsste da noch ein Pokémon ich pack es nicht. Unmöglich. Unmöglich. Was ist denn da unten? Da wird der Ausgang selber. Da geht es raus ja. Wartet doch mal auf mich. Wo bist denn du? Ja ich bin bei Team Rocket. Ich habe gegen jeden Trainer gekämpft. Die wahrscheinlich auch die meisten Team Rocket Dinge ausgehen lassen. Nö. Jetzt waren du drei da. Ja. Gegen die musst du ja kämpfen. Max die zwei machen was. Ich muss mal nicht kämpfen. Max da oben. Ja da kriegst du einen Mega Kick und. Ach die kann man gar nicht bekämpfen. Doch. Die geben dir glaube ich dann auch Tipps. Ich glaube ich bin gleich froh. Die geben dir die glaube ich einfach so. Ja die geben dir das einfach so. Mega Heap und. Irgendeinen Kick. Ach so. Ey mein Pikachu kann das lernen. Bin übrigens gleich tot. Viel Spaß. Muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Du hast ja genug den Gold. Was hat das mit Gold zu tun? Ja du kannst dir mal einen Schutz kaufen. Ganz recht die nicht. Äh. Ich bring mein Pikachu die ganzen Attacken hierbei. Geil. Äh. Ah jetzt bin ich auch gleich. Also ich seh die Fossilie da oben schon. Wir könnten ja eigentlich theoretisch jetzt zurück nach. Äh. Zu der Rocco Stadt. Wie sie auch immer heißt. Äh. Ah jetzt bin ich auch gleich. Und uns dort die Fossilien zum Leben erwecken lassen. Da kommst du bloß mit Zerschneider hin. Das stimmt. Da war was. Also ihr seid solche Subtis. Ach denn. Pokémon Alter. Ja aber trotzdem. Solche Subtis. Erstmal. Was ist das denn? Pokéball. Nein. GM05. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Schau mal nach. Komm mal her Max. Nein. Ach das ist Roar. Schrei oder sowas. Brüller 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 Brüller. Schau zu mir her. Es ist Brüller. Ja wo bist denn du? Sehst du die Höhle da hinten? Ja weiß ich schon. Weißt du was es da gibt? Äh. Ja. Da kommen wir noch nicht rein. Würden wir auch nicht schaffen. Hä? Würden wir auch nicht schaffen. Das hat das für keinen Mewtwo Schaden. Ja. Äh das. Ja. Was haben wir für Pokémon? Was hat das für ein... Du kommst da jetzt mal nicht mehr zurück. Ich wollte ja auch die Runde. Achso. Ja du musst nur einmal Glück haben mit dem Pokéball. Und wenn du den ersten wirfst Mewtwo... Kannst du Mewtwo sogar schon fangen. Wenn du Glück hast aber du musst erstmal hinkommen. Und dafür brauchst du Server und Stärke. Ich bin auch wieder rum. Was sind das für ein Pokémon wo wir da drin stehen? Siehst du sie da unten? Was sind jetzt die Haare von der einen? Das sind die Haare glaube ich. Ja. 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 Man kann mit dem Orden anscheinend nur bis Level 22 oder 21. Gehochzt. Gehochzt hier wunderbar. Ich glaube nein. Aber mein Schillock ist auch schon 22. Das ist natürlich mies. Hat man damit irgendwie gefaulenzt oder so von dort drin? Lol. FAULENS ist was anderes. Das ist Pisa... Die Ereignischaft von Pisa Gnosp glaube ich. Naja. Aber nicht. Die Misty ist jetzt da nicht drin ne? Die ist weg. Aber da musst du erst zu den... Jetzt wartet doch noch auf mich! Von dem Ernst! Die steht sogar drin. Ich schau mich grad... Ich schau mich grad... Ich mach nix. Ich schau's nur an. Und vielleicht sprechen alle. Wo siehst du, dass man in der Arena hier drin Pokemon angeln kann? Naja. Oh jetzt bin ich außerhalb der Höhle. Yeah. Kommt da endlich mal. Was hast du genommen? Ist linke oder rechte? Ja. Sehr schön. Was wollt ihr mit der doofen Schnecke da, Alter? Wo seid ihr denn? Rechts. Lang. Ich steh grad im Gras drin und kämpfe gegen den Rethorn. Ich seh euch ne. Ey. Ist die Pokemon Pension jetzt sogar hier? Ja. Ja, aber da glaub ich... Kannst du bloß einzeln eintun. Das ist weiter unten. Wo sind die müsst ihr jetzt eigentlich? Ja, Arena glaub ich. Aber ich würd erst da oben lang gehen, weil da kann man durch... Gegen Trainer kämpfen und dann kriegst du nen Nugget. Das kannst du für 5000 verkaufen. Dann kannst du weiter gehen. Dann kommst du irgendwann zu dem... Ähm... Wo seid ihr denn jetzt erstmal? Ich glaub wir müssen sowieso folgendes da vielleicht machen. Ich bin bei Sven alten Mann im Haus. Sexy, sexy. Aber wir haben eh nur noch, äh... Ja, vier Minuten. Ich komm jetzt mal zum... Pocket Center. Oh Gott, da ist mein... Privale. Das Pudding. Oh. Wo seid ihr denn? Da ist Pudding Leiker. Wo seid ihr? Ach, da ist Max. Wo ist... Ich bin bei der Brücke. Ich will grad vor der Brücke springen. Nein. Nein. Oh. Oh. Dring nicht. Oh. Max, Max hast du schon gegen den einen gekämpft, gegen den Rivalen? Nein. Tau Poker heißt... Pit Giotto. Oh mein Gott. Pit Giotto. Oh, oh ja. Jetzt muss ich auch gehen. Ich muss gegen Niko Gay kämpfen. Hey, das ist gewollt. Oh nein. Ich war nicht, ich war nicht im Pocket Center. Alter. Warst du noch nicht in diesem Pokemon Center? Scheiße. Darfst du den ganzen Mordberg noch mal rennen? Nein. 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 Scheiße. Du stirbst ganz sicher. Du stirbst ganz sicher. Ich hab nix was gegen Feuer gut Dingsen ist. Also ich hab nix was gegen, ja ich hab auch nix was gegen Feuer gut ist. Ich will nie nochmal laufen. Nein. Aber für was brauchst du was gegen Feuer? Du bist doch gegen Ding, äh wasser anfällig. Ich brauch was gegen was, das stimmt. Aber nein. Du bist doch dein Pikachu. Ja, aber das ist besiegen. Ja, aber das ist besiegen. Oh beleid, ich bin grad so lustig. Nein, komm, besieg das bitte. Mega Punch. Aber ich glaub ich krieg grad eben auch. Nein, dann geht's daneben. Ich will nicht, ich will nicht nochmal laufen. Nein. Ja, okay, das setzt was defensiv ist. Ja, das ist mal die Genauigkeit da rum. Mega Punch ist einfach scheiße, weil das nicht gut trifft. Ja! Ah, das hast du auch den Pikachu beigebracht, oder was? Nein, mein, gut Hexo. Oh, langweilig. Ich will dich nochmal laufen, bitte nicht. Mega Punch. Warum? Ja, der hatte mit Level 18 noch Glomanda. Ja, der hat auch bei mir noch Pisasam. Hab ich auch nicht verstanden, warum das sich nicht entwickelt. Ja, komm bitte Eintreff. Ja! Ich hab Shiki besiegt. Oh Gott sei Dank, ich schaff das noch nicht. Ja und? Das streckst du bei den anderen. Ja, das ist moving around. Was? Ach, das nix. Welches Pokémon denn? Ja, ja, ja. Pippi. Ey, ey wie sauer. Eichen sauer. Ich glaub du hast sauer. Noch ein Pokémon, noch ein Pokémon. Ich glaub das eh nix. Das müsste Abra eh sein. Ja, Abra. Easy. Nein, nicht aufwachen. Hör auf aufzuwachen. Nein. Ey, ey. Geh aufs. Und dann geht die Attacke daneben. Jetzt? Jetzt tu ich mal meinen Kapador rein. Au! Der Kapador entfährt viel. Ja, aber dann kriegst's EP wenigstens. Abraht jetzt bloß Teleport rein. Ich krieg immer einen Critical Hit, wenn's fast tot ist, ey. Ich glaub ich verreck echt. Ich verreck nicht. Ja, ich war aber schon Pokémon-Zente. Ist mir egal. Wobei, ich könnt's eventuell... Ey, was ist das dritte Pokémon? Bei mir war's Rattata. Ja, dann wird's bei mir auch Rattata sein. Woho. Rattata handelt. Was ist denn das vierte? Abra. Das schaffst du locker. Das kann bloß Teleporten. Ey, bei mir ist das vierte Rattata. 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 Ich hab den... Ich hab Nikogay besiegt. Ja, ich hab auch. Ich hab Maxlar besiegt. Ey, ihr hetzt doch gemein, ey. Warte. Bla bla bla. Das kann doch nicht angehen, dass ich die Pokémon so schön trainiert hab und ihr das trotzdem ein Zwischentuch zieht, Alter. Zum ersten Mal schaff ich das wirklich zum ersten Mal. Ich weiß, dass ich das so gut hab wie du, dass meine Pokémon stärker sind. Glaubst du jetzt auch nicht? Was hast du, äh... Ich glaub Level 16 und Level 24 oder so. Hä, der gibt mir sogar was, oder? Ne, doch nicht. Ja, hatte ich auch grad gedacht. Soll ich abkommen. Jetzt bekommen wir bald wieder... Doch, der hat mir was gegeben. Keine Ahnung. Jetzt bekommen wir bald die Ding... Ja stimmt, Detektor. Jetzt bekommen wir bald unsere geile... äh, unser geiles Fahrrad. Ach stimmt. Hä, eben. Und wie kommt mir das Fahrrad? Dann müssen wir erst runter in die nächste Stadt, dann kriegst du die Pokémon, dann gehst du wieder da hoch, dann kriegst du dein Fahrrad. Äh, ich glaub ich schaff's doch noch. Achja, äh... Käferattacken sind echt gegen... Dingens... psycho-effektiv. Sag ich doch. Du weißt dich grad bei dem Abra. Äh... Ich hab vorhin gesagt. Kann nicht wahr. Ja. Gibt's denn hier wenige in der Stadt, gibt's da irgendwas Besonderes? Wenn du hoch gehst, kommst du zur Nugget-Brücke. Nugget-Brücke? Da kannst du... Und hinten ist ja auch irgendwo... Ding zappt aus. Ja, da kommst du erst mit Surfer hin. Und... Da musst du nicht da hin, sondern nach rechts. Da hinten nach rechts, mein Gott. Da kommst du hin, wenn wir nach... Lavandia gehen. Was auch bald ist. So, jetzt... Hängt alles an mein Zubert, ja? Alles hängt an mein Zubert. Oh, ich bin glatt glücklich, dass ich's doch noch geschafft habe. Ich hätt sonst... Ich hätt... Ich wär sonst gegangen. Ohne Scheiße. Ich wär sonst gegangen. Ich hätt... Weedl! Schau wieder eins. Ich hätt sonst g'sagt. Nee, sorry. Ich hab keine Lust mehr und weggegangen. Das trau ich dir halt echt noch zu. Da wär ich viel zu angekotzt für. Die Labe, Alter. Wir sind eigentlich mit der... Hey, hey, Nico. Schau mal nach der Folgenmenge. Ja, dürfe das jetzt schon... Ja, wir hören auf. Kommst runter. Ich kämpf grad noch gegen einen Metapodo. Ja, ich kann nicht die Brücke hochgehen, im Gegensatz zu euch. Warum denn nicht? Das will ich nicht erzählen. Ja, ich hab nur... Eine Attacke noch, dann hab ich... Dann hab ich das Viech an den Gegner. Ja, ich bin auch verkehrt. Ich krieg das Viech gleich voll ins Knie. Richtig hart, Annal. Ich warte schon mal hier. Ja, ich krieg dich Annal ins Knie. Und ich lerne Puder. Äh... Ja. Was bringt sie? Paralyse. Paralyse. Ja, stimmt. Ich will dann gleich nochmal gegen irgendeinen von euch kämpfen. Gegen den Nico. Den hab ich leider besiegt. Wursten Paul schon besiegt? Glaub ich ja. Ganz am Anfang. Ganz, ganz am Anfang. Ja, ich glaub jetzt würde ich kein... Ich glaub ich bin mittlerweile... Stand jetzt bin ich der Schlechteste von uns drei. Also ich steh auch unten bei der Brücke. Max, wo bist du? Ich bin noch im Pokémon-Center und laufe... ...jetzt los. Bist du verreckt? Nein, ich hab das Pokémon geheilt. Ja, da kommt er schon. Links ist noch Platz. R1? Oh... Okay... Wir sehen uns dann. Nächste Folge, weil... Jetzt haben wir einfach gar keine Lust mehr auf diese scheisseprichte Spielsüber representation. Jajaja. Aber weil ich weine schon, ich bin eigentlich krank und weile. Ja? Also, bis gleich. Haut's rein, bis gleich. Bis morgen, bis morgen, bis übermorgen. Das Übermorgen schaut ja aktuell, nein, vielleicht ja. Haut rein!